Ja, sehr gut. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Nein, Spaß. Doch, ein bisschen. Ich habe nicht mehr die Ausdauer von früher. Leider. Was bin ich denn jetzt? 24? Okay. Boah. Manche ich, ich rauche wirklich. Ah, hallo? Mal kurz ein Mikrofon stumm. 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 Mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bin ich da. Jetzt kann man weiterspielen. So, weiter geht's. Weiter am Leveln. Was sagt Ding? Immer noch Level 24. Schade. Egal. Ah ja. Können wir jetzt weiter Leveln, das ist immer gut. Das ist das tolle bei der Autojagd. Man kann nebenbei essen. Hm. Um. 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 Zum Glück schmeckt Nudelauflauf so gut. Um. 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 Uh-uh. Lawrence. Ugh. bbx hast du noch einen ananja oder nur den shami ich habe auf dem account noch ein sura der ist zwei level her jetzt wieder wie der lykana aber mit dem habe ich noch nie im stream gespielt und der lykana ist halt mein stream ja in dem sinn ja nein mein stärkster charakter ist auf dem ganz anderen server der ist auf dem germania server mit level 44 ist auch ein ninja aber mit dem kann ich nicht viel machen ich habe kein equipment ich brauche erst kohle und auf dem anderen server ist halt wie soll ich sagen die sind die preise dazu wie auf dem hier mein ninja ist schlechter der schlechter schlechter da ist ein aura vielleicht was ich gehört habe 15 kk wert so 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 und der rest ist über finde ich persönlich viel zu teuer derzeit schon für ein blankes silberarmband ich glaube schon drei wollen oder sowas ich glaube schon drei wollen oder sowas plus neun echt krass ich hasse das auf dem anderen server so 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 da bin ich eigentlich mit meinem krieger also mit meinem farmer unterwegs und ich glaube die ganze zeit methen steine der ist auch 35 mein farmer 25 juhu mir egal mir egal mir egal mir egal hohe xp ring ich habe schon jetzt habe ich noch mehr erfahrung ich habe ich habe hier oben schon so zeug ich habe ihn natürlich gleich angelegt den ring keine sorge sehe ich höher da hast du recht ich werde jetzt gleich auch noch dir hin trank der weisheit anlegen dass ich noch mehr erfahrungspunkte kriege wie viele tränke haben wir denn noch drin wie viele tränke haben wir denn noch drin 73 muss dann auffüllen mit der randschuh des weißen kaisers abgelaufen es ist ja egal habe ich einfach angezogen ich habe sieben weisheit tränke hier also ich habe einmal für eine stunde und einmal für drei stunden noch ein level dann kann ich die andere rüstung anziehen die plus vierer das wäre echt mega wenn ich jetzt die kriegen würde zweieinhalb stunden er hat zwei stunden stream ist schon viel aber ich streame weiter diese wolfsälen die sind einfach so geil ich habe hier auch noch den metin stein suche einmal machen wir mal den an den drang dann brauche ich keine da habe ich da schon wieder fast eins ding eine kugel voll mit der autojagd das geht halt schon schnell und dann halte denn die auflade seit 15 sekunden dauer 75 jacke ich muss gucken ob ich diese see popover wolfsälen kriege billig was ich vermutlich nicht krieg die werden wahrscheinlich auch so ein kack ein kack oder so wert sein das weiß ich nicht habe ich noch nicht geguckt muss ich mal nachgucken gehen das weiß ich nicht ja purpur ist auf meister 1 wenn du hast und du mir sie geben möchtest ich weiß ja nicht was die wert sind sagt man mal im preis was die wert sind dann kann ich ja mal gucken ob ich was finde aber purpur dürfte ich keine haben verzauberte rüstung ich habe ein aura buch alles will ich nachher verkaufen oder über die nacht oder morgen im laufe des tages ich habe 200k das ist gut billig das ist billig eigentlich wenn ich mir fünf stück kaufe das wäre gut muss ich dazu sagen 200k das ist nicht viel das gefällt mir kann ich ja dann holen prime gay me Damit lässt sich arbeiten. PBX kannst du mir mal 5 Purpur Bücher holen, kriegst du das Geld dann auch von mir. Es wäre nicht schlecht, dass ich mal was habe zum aktivieren. Ja, klicken, gibt es einfach mal, achso, was hat der, sorry, warte, stop, dankeschön. Dankeschön. Noch mehr? Oh, 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 oh. Aber ihr habt heute, ihr habt heute aber Geberlaune, Leute. Ihr habt echt Geberlaune. Sag, gleich mal aktivieren. Erfolgreich, jawoll, M2, perfekt. Dankeschön, ihr habt echt Geberlaune. Respekt an euch, ohne Scheiß. So, M2, perfekt. Jetzt muss ich bis morgen Abend warten. War es da auch dein Charakter? PBX, der High Keen, auch deiner oder jemand anders? mehr oder weniger. Achso, okay. Ja, der grausame Dinger ist halt. Okay. Gut. Ich muss mal gucken, dass ich das ganze Zeug hier mal weg kriege. irgendwie. Zack. Ich habe so viel Scheißdreck im Inventar. Aktivieren wir den da gleich mal. Let's go. Weiter geht's. Äh. Pff. Arsch, mit Seelenstein gear- äh. Ja, mit Seelenstein heißen die, glaube ich, gearbeitet. Weil du auch grausam bist. Ich bin da jetzt was. Mein Lager sieht nicht besser aus. Sonst hätte ich schon was aufs Lager gemacht, aber mein Lager ist voll. Ja, mit Seelenstein gear- äh. Ja, mit Seelenstein gear- äh. Ja, mit Seelenstein. Oh, ach. Okay. Also nicht wundern, wenn meine Auspassation auf dein einsteigt, das will ich nicht. Wenn da halt grad ein Gegner in der Nähe steht. War das nicht früher immer so, da hat man sich irgendwo versteckt? Wenn man grausam oder wenn man halt aggressiv grausam oder sowas ist. oder liege ich da falsch ok ja ok dann dann ist klar ja dann geht ja aber dann wieder runter wenn wenn umgehauen wir schon noch nicht das war zu wissen ich bin jetzt erstmal freundlich geworden oder diese bluttabletten oder was das da waren aber irgendwas hilft doch da auch oder nicht irgendein item 10 bohnen genau ja ich glaube auch ich glaube 10 boden war das item jetzt habe ich es fast geschafft fast level 26 das wäre echt gut etwas stärkere rüstung mit mehr schutz 42 zu 62 20 punkte mehr schutz das ist sehr gut das kann man immer gebrauchen du 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 geht drauf genau weiß ich nicht was die runter machen aber ich glaube 500 komm fast geschafft 6 prozent noch 60.000 erfahrung ich habe meine beschützer bei mir mir passiert nix machen wir euch mal dann mache ich mal freundschaftsanfragen dann gleich wenn ich es geschafft habe das level aufzusteigen und hat eine leute oder was und deine ganzen Leute holst du her. Träumchen. Ein Träumchen. Dann war das also nicht dein Charakter der gerade vorbei geritten ist und bei dir gewartet hat. Jawohl. Okay. Das ist ja gut. Dann ist ja okay. Ich hab schon gedacht, jetzt hol ich die ganze Armada her, um mich zu beschützen. Da ist ja nichts passiert. Okay. 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 Ja. Stimmt auch wieder. Da hast du auch wieder recht. Mal gucken, hat der Lydkaner wenigstens eine 34er Rüstung. Rüstungen. Rüstungen. Lydkaner Rüstungen. Ne 34er Rüstung hat der. Ja. Okay. Aber ne. Ding hat er nicht. Na 18er. Wo krieg ich denn die her? Was ist das jetzt? Ups. Nicht die 48er. Die hier. Natürlich. Mit in der Seele will der General und totaler Spezialist. Okay. Bis auf Level 4 hab ich dann 71. Rüstung. Und auf Level 9 hab ich 101. Aber dafür hab ich die Items nicht. Schlangenschwanz. Zwei Ortszähne. Spinnenaugen. Esoterik Fiebeln. Edelstein. Wo kriegt man den überhaupt her? Ok. Ok. Ortogel ist noch nicht da. Diesmal noch am Essen wahrscheinlich. Hast du mit deinem High Key. hier nix zu tun. Keine Quest zu tun mit deinem Charakter. Nicht so wirklich. Wahrscheinlich nur Ortszähne oder? Willst du nur da rumstehen? Darauf hast du Lust. Knäuel? Was ist das? Na komm mal her. Was ist ein Knäuel? Was ist ein Knäuel? Achso. Ok. Ja. Ich hab schon gehört. Weiter oben im Chat. Grüne Drachenbohnen. Von 11 bis 15 Uhr. Dann das zweite Event Drachenflamme. Was aber Drachenflamme bedeutet weiß ich nicht. Ein Tropf von Bossen und Steinen Event. Ok. Drittes Event Mondlicht Event. Und dann Erntefest. Aber das Erntefest mache ich nicht. Doch. Könnte ich machen. Ich kann am Montag. Ich könnte morgen online kommen. Gegen Abend. Gegen 20 Uhr. 20 oder sogar 19 Uhr. Und am Montag könnte ich auch abends online kommen. Also wenn ihr dabei seid. An beiden Tagen komme ich online. Und streamen auch. Ja gut. Aber die droppen wir ja. Es werden. Ja. Mondis habe ich gehört. Deswegen komme ich ja. Will ich am Morgen Abend online kommen. Ja. Da hast du recht. Ich muss noch morgen früh noch ein bisschen was für meinen YouTube Kanal machen. Und äh. Dann ne. Könnte ich eigentlich online kommen. Ich habe heute schon was gemacht. Morgen nochmal. Ah. Das mache ich morgen gleich in der Früh wahrscheinlich. Das was ich für meinen YouTube Kanal noch machen muss. Ah. 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 Seite bottomless. Oder ist das Serge. Eeeh. Metin muss ich noch aufnehmen. Den paar Mal mehr. Also da muss ich noch aufnehmen. The Binding of Isaac muss ich noch drei Folgen aufnehmen. digimon story cybersloth noch aber mit ihm läuft am besten irgendwie auf dem kanal also das normale let's play projekt es kommt eigentlich auch auf youtube dann noch extra für